Herzlich willkommen bei 1 Minute Fitness für Dich, euer Coach Marc hier, Tag 57. Heute widmen wir uns der Mobilität, sprich der Beweglichkeit. Du kannst jeden Tag quasi einsteigen und jeden Tag hast du die Wahl, immer eine andere Übung mit zu absolvieren. Und zwar stellen wir uns für die erste Mobilitätsübung breitbeinig hin. Ich zeige es euch von der Seite. Ich strecke die Arme aus und kippe den Oberkörper so nach vorne, lasst die Arme ausgestreckt, dreht aus der Hüfte, so dass die rechte Hand zum Boden kommt, die linke Hand in den Himmel zeigt, haltet die Position 2-3 Sekunden und wechselt. Dreht aus der Hüfte, die Arme bleiben steif ausgestreckt, schaut immer in die Hand rein, die in den Himmel zeigt und wieder wechselt. Damit mobilisiert ihr eure Hüfte, eure Wirbelsäule. Sehr, sehr gut. Noch einmal zur linken Seite und wir kommen wieder hoch, lockern uns aus. Sehr gut. Jetzt mobilisieren wir die Schulter, die Rotatorenmanschette, streckt die Arme komplett aus, kommt mit den Ellenbogen bis auf Schulterhöhe nach unten und klappt aus der Rotatorenmanschette die Hände so nach vorne. Achtet darauf, dass die Ellenbogen auf der Höhe der Schulter bleiben. Und nochmal. Sehr gut machst du das. Bleib dran. Diese Übung kannst du immer wieder auch am Homeoffice-Arbeitsplatz anwenden, vom Stuhl aufstehen und die Übung machen. Sehr gut, das war's schon. Komm mit zum Tag 58, abonniert meinen Kanal und bleib dran. Dankeschön. Ciao, ciao.